Guter Kaffee ist einfach und umweltfreundlich. Hallo, wir sind Kirsten und Jürgen, die Gründer von Karl Henkel Brewers. Wir möchten euch unsere Aka Extract Brew vorstellen. Die Aka Extract Brew besteht aus nur drei Teilen. Das Herzstück ist der patentierte Doppelfilter aus Edelstahl mit einem feinen Sieb innen. Dazu ein Porzellandeckel, der am Sieb festhält, damit er nicht in die Kanne fällt. Der Knauf ist verkromt. Der Krug ist aus hitzebeständigem Glas. Das ist schon alles. Du kannst jeden Malgrad für die Aka verwenden. Wir nehmen mittelfein gemahlenen Kaffee und bevorzugen dunkle Röstung. Das bleibt aber ganz dir und deinem Geschmack überlassen. Wenn das Wasser kocht, warte noch ca. eine halbe Minute, bevor du den Kaffee aufbrühst. Dann nicht zu zaghaft aufgießen. Es kann etwas sprudeln. Eventuell musst du kurz warten, etwas rühren und dann weitergießen. Es entsteht eine Art Kruste. Diese soll durch Umrühren aufgebrochen und das Ganze gut durchmischt werden. Der Filter bleibt in der Kanne. Der Kaffee wird nicht bitter oder zu stark. Fantastischer Cold Brew Kaffee geht ebenfalls. Ganz einfach Kaffeepulver mit kaltem Wasser aufgießen und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Am nächsten Morgen hast du einen perfekten Cold Brew, der sich bis zu fünf Tage oder sogar länger aufbewahren lässt. Der Kaffee wird sehr schonend zubereitet. Das Wasser sickert langsam durch das Kaffeepulver hindurch. Dadurch werden deutlich weniger Bitterstoffe und Säuren aus den Bohnen ausgewaschen, als bei einem Brühvorgang mit Pressen oder unter hohem Druck. Das Kaffeekochen mit der Acker ist wirklich unkompliziert. Nicht nur zu Hause. Nimm sie doch einfach mit. Ins Büro, zum Camping, zum Picknick im Park oder ins Ferienhaus. Du benötigst nur Kaffee und heißes Wasser. Das Design der Acker ist ästhetisch, unaufdringlich und langlebig. Die Form entspricht ihrem Zweck und ist dabei gleichzeitig schön. Genau das macht aus unserer Sicht gutes Design aus. Du wirst deine Acker Kaffeekanne lieben und sie nicht mehr hergeben wollen. Die Acker X-Act Brew ist preiswert. Die einmaligen Anschaffungskosten der Kaffeekanne sind alles. Es gibt keine weiteren Verbrauchsmaterialien, keine weiteren Kosten bis auf den Kaffee selbst. Es ist gar nicht so kompliziert, immer umweltbewusster in unserem täglichen Leben zu handeln. Im Falle der Kaffeezubereitung mit der Acker musst du dafür noch nicht mal mehr Geld ausgeben und du wirst mit leckerem Kaffee belohnt. Mit der Acker kochst du Kaffee, ohne dabei Müll zu produzieren. Den Kaffeesatz kannst du am besten im Kompost entsorgen. Er ist der perfekte Dünger für deine Pflanzen. Let's go green! Die Reinigung der drei Teile ist super easy. Einfach alles unter fließendem Wasser abspülen und von Zeit zu Zeit für eine gründliche Reinigung in die Spülmaschine geben. Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Kaffeezubereitung. Als unser Freund James aus Taiwan mir den von ihm neu entwickelten und patentierten Kaffeefilter zeigte, war ich sofort begeistert. Yamamoto und Co. aus Luzern haben das Design entwickelt und so wurde unser Baby, die Acker Extract Blue, für Karl Henkel geboren. Wir möchten aus der Kaffeezubereitung keine Wissenschaft machen. Mit unserer Acker ist das Kaffeekochen einfach, stilvoll und umweltfreundlich. Kaffee-Liebhaber, wir brauchen euch. Wenn du diese einfache Art, außergewöhnlich guten Kaffee zu brühen, kennenlernen möchtest, unterstütze uns. Hol dir deine Acker. Sei bei unserem Herzensprojekt dabei und begleite uns auf unserem Weg zu einer grüneren Lebensweise. Vielen Dank. So, Drehschuss, nehmen wir uns Kaffee. Yes, please. Auf jeden Fall. Ciao.